Ja, was hat Elgore an uns wieder geschrieben? Der kleine, dreckige Eierkopf. Machst du gerade etwas? Ja, schließ deine blöde Nachricht. Alter! Elgore, geh mir nicht auf die Ra... Okay, das wollen wir, glaube ich, Drachenschrei benutzen. Stinky Bobinky. Genau. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wo wir sind. Scheiße, wir haben uns verlaufen. Nein! Wir haben uns verlaufen. Ach du Scheiße. Okay. Wir sind irgendwie in das Labyrinth gegangen und wir kommen nicht wieder raus. Alter Vater. Ihr seid ja ganz schön hinterlistig, wisst ihr das? Scheiße! Ach! Ach du lieber! Der braune Ton, Alter. Autsch! Scheiße! Autsch! Ach du lieber! Autsch! So, erstmal euch alle mal dingfest gemacht, ne? Entfreunde Elgore. Wie gern ich den Eierkopf entfreunden würde. Wir müssen hier irgendwie raus. Alter Elgore. Es reicht. Ey, wie kommen wir nicht mehr raus? Wie kommen wir wieder raus? Okay. Gut, jetzt sind wir wieder auf der Weide. So, können wir die... Zu Bottas. Und... Ich tue mir jetzt das wirklich nochmal an. Ey, Elgore. Ich lese mir jetzt deine letzten drei Nachrichten durch. Du bist so ein dreckiger Wichser. Ja, schreist mir dauernd Nachrichten. Wahrscheinlich, weil deine Mutter gerade, was weiß ich, ein Ei gelegt hat im Klo. So, was hast du mir jetzt geschrieben? Oh, Gott. Oh, Gott. Ey, Elgore. Du bist der Schweinebärmann, du Arsch. Ey, Elgore ist einfach so ein Mongo, ja. Erstmal will ich schneiden, den Mongo. Secret Service rufen? Alter. Na, schade, okay. Nehmen wir uns nochmal einen... Einen kleinen Machtrank. Und ballern da jetzt erstmal eine... Nein. Ballern da ja erstmal so eine Plage rauf. Au, ich bin hit. So, hier blut ich jetzt erstmal alle gerade dreimal. Und weil es so schön ist, gibt Professor Chaos euch den Rest. Hoffentlich. Nicht, dass ich jetzt bloß ein Schild kriege, weil das wäre ganz blöd. Nein, wir kriegen Kamiamiha. Alter. Ey. Alter, was macht ein Elgore da? Ja, komm, kotzt nur, du hässlicher Eierkopf, Alter. Du kriegst gleich nochmal so ein Ding ab von mir. So. Heiltrank und nochmal die Plagen. Und dasselbe machen wir nochmal bei Professor Chaos. Mal sehen wir mal bei Barthas. Alter, scheiße, betäubt. Alter. Jawohl, Barthas ist... Ah, schade. Elgore ist tot, aber Barthas leider auch. Ein Freund der Elgore. Ey, ich dachte, Elgore ist tot. Füge 15% mehr Schaden zu, wenn du unter 25% bist. Okay. Schauen wir uns mal an, was er hier hinten im Raum hat. Wie kann uns Elgore eine Nachricht schreiben? Ich dachte, wir sind, äh... Okay, machen wir Licht an. Oh, schau, er war Präsident. Elgore hat Präsident gespielt, Alter. Ist das ein Mongo? Oh, Schweinebeermann-Keule. Die ist nicht schlecht. Jeder Angriff sorgt 50% seiner... Ui, 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 ui. Ja, die ist nicht schlecht. Schauen wir uns die mal an. Ob die vielleicht sogar besser ist als unsere Hacke. Und das ist sie bei Weitem nicht. Unsere Wichtelhacke ist schon deutlich besser. Aber obwohl, wir könnten ja... Mal gucken, ob da nicht sogar einer der Flicken besser ist. Wobei, da drücken wir ja beides rein. Dreifachbluten. Ne, das ist, glaube ich, in der Rüstung. Ja. Genau. So, wir haben Elgore also jetzt erstmal entfreundet. Den kleinen Penner. Gott sei Dank ist der weg, Alter. Es geht gegen gar nicht. Ich hab diesen Typen gehasst. So, kurz mal Quests nachsehen. Was war jetzt noch als Quests haben? Ähm, Versteckspiel. Auf zum Norden. Gehe zum Mittagzimmer. Lass ein Foto machen. Gut. Ist ja quasi nichts Neues. So, ab mit Jimmy. Wieso kann ich denn die Glocke nicht läuten? Wir kommen hier wirklich nirgendswo rein, Mann. Das ist echt blöde. Ach, wir dürfen die Kühe nicht schubsen. Was hast du? Oh, ja. Gut. Das ist die Frage, wie kommen wir nach Kanada? Ich weiß genau, wo wir sind. Wir sind in der... 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 Wir sind quasi wieder in die Labyrinth drin. Ah, nein, da sind wir. Endlich in Kanada. Jawohl. Herzlich Willkommen in Kanada, mein Lieber. Da gehen wir natürlich mit Butters hin. Ja, ich will nach Kanada. Okay, dann gehen wir mal nach Kanada. Ich spreche mit dem Prinz von Kanada. Alter. Nein, oder? Die haben das jetzt wirklich so ein bisschen wie eine Art Zelda-Spiel gemacht. Nice, ey. Was? Besiege den Schweine, mein Mann? Haben wir dich gerade Elgor besiegt? Alter. Dieser dreckige Elgor ist immer noch da. Boah, ist das ein Fick-Gesicht. Na gut, wir gehen jetzt aber erstmal durch Kanada. Oh mein Gott, können wir uns später kümmern. Ne, ich bin nicht aus dieser Gegend. Hast du recht. Ja, mal gucken, was du da hast. Alter, verdammt. Das sieht ja nicht so schlecht aus. Ähm, verkaufen. Mal allen Kram, den wir haben. Egal, kriegen wir irgendwas Geiles raus, weil. Alter, haben wir viel Crab zusammengesammelt. Ja, die Armbänder, die kann Kanada gerne haben. Ja, Müllhändler. Äh, ja. Mal gucken, was wir hier noch an Rüstung verkaufen können. Gasmasken sind definitiv weg. Alien weg, das weg, das weg. Auf jeden Fall, die ganzen alten Sachen können wir alle wegschmeißen. Die Goss-Klamotten werden wir noch behalten. Bis zum nächsten Mal.